FIT FOR FUTURE! 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 Hey, Kinder, was geht ab? Jetzt kommt FIT FOR FUTURE! Also aufgepasst, denn wir bringen das auf Zapp und haben was im Gepäck. Es ist ganz einfach so, dass jeder es checkt. Ja, so einfach wie 1, 2, 3! Nichts dabei, nein, keine Zauberei! Auf einem Bein hüpfen oder balancieren! Jeder kann dabei sein und davon profitieren sich! FIT FOR FUTURE! Ein gesunder Lifestyle für ein gesundes Leben! Wir kommen zu dir mit einer ganz klaren Botschaft und falls du noch schläfst, wollen wir dich aus deiner Ohn machen! Das Arrangement bei FIT FOR FUTURE haben wir deshalb gemacht, weil wir genau wissen, dass unsere Kinder heute einfach zu wenig Bewegung haben im Alltag. Und wir müssen einfach auch wieder Bewegung lernen und deshalb wollen wir auch bewusst dieses Thema in die Schulen bringen. FIT FOR FUTURE! Denn es ist ganz wichtig, dass ihr alle versteht, es ist eure Zukunft, um die es hier geht FIT FOR FUTURE! Gute nähren! FIT FOR FUTURE! Die Kinder haben eine sehr hohe Bewegungsmotivation, sehr viel Spaß und es lohnt sich immer wieder, neue Bewegungserfahrung, die hier bei Kids und Kurt auszuprobieren. Ich finde den Stationsbetrieb gut und ich bin erstaunt, dass 400 Kinder auf so wenig Platz sich bewegen können. FIT FOR FUTURE! Wir sind unterwegs im ganzen Land! Bring euch eine Tonne voller Spaß! Dafür sind wir bekannt! Wollen euch begeistern! Diese Art Bewegungsangebote aus der Tonne sind für die Kinder alltäglich und das ist ein besonderes Highlight außerhalb der Schule. und der Unterricht profitiert davon, dass die Kinder sich bewegen und gut ernähren. Einfach mitgemacht, tut euch super gut! Darum sind wir hier, euch zu inspirieren, motivieren, diese Dinge mal zu probieren! Denn es ist ganz wichtig, dass ihr alle versteht, es ist eure Zukunft, um die es hier geht! Ich fand es heute am schönsten zu sehen, wie die Kinder hier Spaß haben am Sport, an der Bewegung, wie es auch funktioniert, dass so viele Kinder auf einem Haufen Spaß haben. Ich würde gerne nochmal bei Kids und Kurt mitmachen. FIT FOR FUTURE möchte Eltern und Kindern für die Zukunft einen gesunden Lebensstil nahe bringen und mitgeben, so dass die Kinder quasi in der Basis eine gute Schulung haben und im Idealfall das Ganze auch mit in die Familie mitnehmen und auch ihren Eltern das Ganze rüberbringen zu Hause. FIT FOR FUTURE! Gute Lehren! FIT FOR FUTURE! Schöne Bewegen! FIT FOR FUTURE! Gesunder Lifestyle! FIT FOR FUTURE! Gesundes Leben! FIT FOR FUTURE! FIT FOR FUTURE! FIT FOR FUTURE! Gesund in die Zukunft! FIT FOR FUTURE! Gute Lehren! Gute Lehren!